Es ist schwierig, die Frage zu beantworten, wenn ich Tapio das letzte Mal gesehen habe. Tapio ist abstrakt, Tapio ist toll, Tapio ist progressiv, Tapio gibt Power und Tapio motiviert. Jedes Mal, wenn ich sehe, schwarz auf weiß funktioniert super und es macht mir Spaß. Jedes Mal, wenn ich Tapio irgendwo sehe, ich sehe es ständig. Ich sehe Tapio und in Gottes Wahl ist es ständig.